Drei Nonnen sterben tragischerweise gleichzeitig bei einem Unglück und bald darauf erscheinen sie alle vor den Toren des Himmels, um den heiligen Petrus zu treffen. Als sie ankommen, informiert Petrus sie, dass diejenigen, die ein Leben im Orden geführt haben, einige grundlegende Fragen zur Theologie beantworten müssen, bevor sie in den Himmel eintreten dürfen. Jede der Nonnen hat die Bibel gut studiert, also sind sie überhaupt nicht besorgt. Die erste Nonne tritt vor und sagt dem Heiligen, dass sie bereit ist. Wer war die erste Frau? fragt Petrus. Das ist einfach, ruft die Nonne aus. Das war Eva! Petrus lächelt, die Glocken läuten, dann öffnen sich die Tore des Himmels. Die zweite Nonne, ermutigt durch den schnellen Erfolg ihrer Kollegin, tritt vor und sagt Petrus, dass sie ebenfalls bereit ist. Wer war der erste Mann? fragt Petrus. Einfach, Adam war der erste Mann, sagt die Nonne aufgeregt. Petrus lächelt, die Glocken läuten und die Tore des Himmels öffnen sich ebenfalls. Die dritte Nonne ist nun zuversichtlich, dass sie keine Probleme haben wird und tritt vor, um sich Petrus' Frage zu stellen. Was waren Evas erste Worte zu Adam? fragte er. Mann, das ist aber hart, murmelt die Nonne besorgt vor sich hin. Aber Petrus lächelt, die Glocken läuten und die Tore des Himmels öffnen sich.